Hallo Reisefreunde! Bereit, einen der bezauberndsten Orte Europas zu erkunden? Ich nehme euch mit auf eine Reise an den Bodensee. Ein Juwel, das an Deutschland, Österreich und die Schweiz grenzt. Tauchen wir ein in die Top 10 der atemberaubenden Ausblicke, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Zuerst das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Stellt euch vor, ihr schwebt in einem dieser historischen Zeppeline über den See. Der Blick unter euch entfaltet sich wie eine lebende Landkarte. Dieses Museum befasst sich nicht nur mit der Vergangenheit. Es ist ein Tor, um den See aus einer einzigartigen Perspektive zu betrachten. Weiter geht es zur Insel Mainau, oder wie ich sie gerne nenne, die Blumeninsel. Ob Frühling oder Sommer, dieser Ort ist ein Farbenrausch mit tausenden von Tulpen, Orchideen und Dahlien. Der Duft der Blüten und die Brise des Sees? Einfach magisch. Als nächstes geht es in die Stadt Meersburg. Mittelalterliche Burgen treffen auf Weinberge mit Aussicht. Erklimmen Sie die alte Burg und genießen Sie den atemberaubenden Panoramablick auf den See, der sich endlos bis zum Horizont erstreckt. Nicht weit entfernt befindet sich das Pfahlbaumuseum Unteruldingen. Hier können Geschichtsinteressierte in die Stein- und Bronzezeit eintauchen und rekonstruierte Pfahlbauten direkt am Wasser bestaunen. Geschichte, lebendig und wunderschön in Szene gesetzt. Einen Tag voller Ruhe verspricht die Insel Reichenau, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ihre alten Klöster inmitten von üppigen Gärten und Weinbergen sind ein friedlicher Rückzugsort mit spirituellen Ausblicken. Jetzt wird es Zeit für ein Abenteuer am Sentis. Eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Gipfel bietet einen atemberaubenden Blick über den gesamten See und an klaren Tagen sogar bis in sechs Länder. Einen Hauch von Großstadtflair erleben Sie bei einem Spaziergang durch Konstanz, die größte Stadt am See. Der pulsierende Hafen, die historische Architektur und die lebhaften Märkte machen Sie zu einem kulturellen Festmahl mit malerischen Plätzen an jeder Ecke. Verpassen Sie auf keinen Fall den Rheinfall bei Schaffhausen. Auch wenn es ein kleiner Umweg ist, der Anblick des größten Wasserfalls Europas ist es absolut wert. Das tosende Wasser vor der Kulisse des Grüns strahlt eine ursprüngliche Schönheit aus. Für Wanderfreunde bietet der Pfänder in Dregens Pfade mit Panoramablicken die neue Energie tanken lassen. Und schließlich sollten Sie Ihren Besuch mit einem Sonnenuntergang an einem der Ufer des Sees ausklingen lassen. Während die Sonne hinter dem Horizont versinkt, fängt das Wasser jede Farbe des Abendhimmels ein. Ein perfekter Abschluss für unser Bodensee-Abenteuer. Danke, dass ihr mich auf dieser kleinen Reise begleitet habt. Bis zum nächsten Mal. Entdeckt die Welt und denkt daran. Jeder Ort hält eine neue Geschichte für euch bereit.